Hallo, es ist wieder Weihnachtszeit auf dem Rittergut Mainbrexen und wir begrüßen euch alle sehr herzlich hier auf dem Gut. Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Weihnachtsbäumen, frisch geschlagen aus dem Sollingen und ich denke für jeden ist hier was dabei, jeder findet etwas. Und, das fällt mir gerade noch ein, am Freitag und am Samstag, jetzt kommendes Wochenende, haben wir nochmal Bratwurst verkauft und Erdbeerglühwein. Und vor allen Dingen, die Bratwurst ist auch eine Wildbratwurst, die schmeckt richtig lecker.